Und noch mehr, der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam sagte, ma tarabtu ba'adi fitnatal adam ala rijani minan nisa. Und bei Bukhari überliefert, ich habe nach mir keine schlimmere, größere, gewaltigere Versuchung hinterlassen, als die Frauen daraufhin sagte, was ist los mit euch, ihr denkt nur an Frauen. Würdest du dich trauen, so etwas über den Propheten Sallallahu alaihi wa sallam zu sagen? Würde er sich trauen? Aber uns bezichtigt er, ja? Ich sage auch jetzt in Urbau und S-Ball raus, auch Frauen. Okay, das ist sehr gut, was der Bruder sagt. Die sagen, draußen siehst du doch auch Frauen. Dann sagen wir ihnen, ja Habibi, ja Ayin. Mach einen Unterschied zwischen einer Situation, wo du gezwungen bist, und einer Situation, wo du selber die freie Wahl hast. Ein Beispiel. Du kommst zu deinen Eltern nach Hause, okay? Dein Vater, dein Vater, raucht dann eine. Kannst du ihm in seiner Wohnung sagen, hör auf zu rauchen? Kannst du das ihm befehlen? Kannst du ihm eine Nasirah geben? Und dann, wenn er ein Araber ist, dann siehst du die Nasirah in deinem Gesicht. Entweder spuckt er, oder macht zu. Aber jetzt, er ist in deiner Wohnung. Kannst du ihm jetzt sagen, rauche nicht? Ja oder nein? Natürlich, weil du hier was hast. Was hast du hier? Ausrecht. Ausrecht. Mach merke, du warst bei der Behörde. Hier ist dein Abteilung, das heißt, du verfügst hier über das Recht. Das ist nicht dasselbe. Okay, in der U-Bahn sehe ich eine, die hat High Schneels an und ist drei Meter groß. Ja, aber lasse ich so eine in meine Wohnung rein? Was ist das für ein Argument? Deswegen unterscheide. Jetzt im Flugzeug. Du sitzt im Flugzeug. Jetzt spielen sie Musik. Kannst du rausspringen? Sagst du, A'udhu Billah, Musik, Hallam. Dir bist du gezwungen. Aber du bist jetzt in einem Danceraum, Partyraum, da wird Musik gespielt. Jetzt hast du die freie Wahl. Und meistens bleiben sie. Der sagt, ich wollte nur dir berichten, was da abgelaufen ist. Aber du wolltest selber mittanzen. Deswegen bitte unterscheide zwischen dem und dem. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und Alhamdulillah, unsere Religion ist klar oder nicht klar. Ist klar. Wallahu ta'ala, Allah, die letzte Frage.